Das ist jetzt wie die Wright-Brüder so ungefähr. Ja genau, ob der Propeller funktioniert, ob das hinten funktioniert, Seitenruder, Höhenruder und dann geht es los. Hoffentlich fliegt er. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Ich merke gar nichts. Ich bin schwindelig. Jetzt mach doch mal diesen Anflug. 16 Gramm, das kann auch nicht besonders weh tun, wenn man da wegen kommt. Ne, nur wenn man den Propeller ins Auge kriegt. Ja, der Propeller ist ja super leicht. Der Propeller wiegt 1 Gramm. Langsam der Flieger, ne? Ja, super, ja. Das ist wie so ein Insekt. Wie so ein Insekt ist das. Total leise auch, ne? Ja, einmal hat eine Frau gesagt, wie bleibt denn das Ding in der Luft, weil die den Propeller nicht gesehen hat. So? Ja. So? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020